Ihr wart im Pokalfinale, da haben wir schon mal ein wenig eingeschnuppert. Und das, was ihr heute nochmal auf die Fahrt gestellt habt, das war einfach geil, Mädels. Schon in der ersten Halbzeit und in der zweiten, habt ihr einfach nur die Tore gemacht. Das war super stark, Mädels, danke. Und auch, kämpf! Schalke, auf geht's! Auf und an Aufstieg! Ein Läuferer! Zeige, 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 zeige! Hoi, hoi, hoi! Hoi, hoi, hoi! Schalke, 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 schalke! Auf, auf, auf! Steige, zeige, zeige, schalke, 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 schal Vielen Dank.